Was geht auf meine Herzen Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, Grüße gehen groß an Datencheck Das wird auf jeden Fall eine kleine Ansage an dich sein Und du hast in meinen letzten Videos sehr oft gehatet und dafür geführt, dass mehrere Leute meine Videos anklicken und die auf jeden Fall negativ bewerten Das finde ich auf jeden Fall mega ehrenlos von dir Was ich auch sehr dumm finde, dass du meine, was ich auch sehr dumm finde, ist, dass du meine Videos regelmäßig anschaust Erstmal Dankeschön dafür, aber es ist erstens auch ein bisschen dumm von dir Weil du mir keinen Hack gönnst, weil du mir allgemein nicht gönnst und weil du mich hatest aus irgendeinem Grund Keine Ahnung, was ich dir gemacht habe Aber es ist auf jeden Fall mega dumm von dir, dass du meine Videos anklickst und somit mir mehr Aufmerksamkeit schenkst Das ist so behindert Ich dachte, es gibt keine dümmeren Menschen Aber Digga, du bist an der Spitze der dummen Menschen Du bist der größte Idiotensohn, den ich jemals gesehen habe Dann schreibst du noch, ich bin ein scheiß Fortnite-Kiddy Und dass es wieder mal ein scheiß Video ist Und wie gesagt, das ist einfach mega dumm von dir, wie immer Und dass du meine Videos regelmäßig anschaust, ist auch sehr, 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 sehr dumm von dir Wie gesagt, du schenkst mir damit mehr Aufmerksamkeit Und dann sagst du, ich bin ein Fortnite-Kiddy Aber danach sagst du auch noch, dass dein Freund mich zerstören kann Also du sagst, ich bin ein Fortnite-Kiddy Aber dein Freund zockt Fortnite Und er könnte mich rasieren Das kann ja sein Also kann ja sein, dass es bessere Spiele als es mich gibt Aber da spiele ich auch Spaß Ich möchte Leute unterhalten Die, deren Langeweile vertreiben möchten Und ansonsten würde ich sagen Das war's von dem Video Verpiss dich einfach aus meinem Kanal Und geht auf seinem Kanal, Leute Fiegt sein Leben Ansonsten verpiss dich, du Idiotensohn Bis zum nächsten Mal Blalte Bub S7 B W Du L S2 B